Die international führende Fachmesse für selbstbestimmtes Leben ist zurück. Dieses Jahr sind mehr als 900 Aussteller aus über 35 Ländern bei der ReaCare dabei und zeigen, was mit Hilfsmitteln und Dienstleistungen im Leben möglich ist, egal ob mit Behinderungen, bei Pflegebedarf oder auch im Alter. Ich bin auf der ReaCare, weil ich im Sanitätshaus arbeite und wir für unsere Kunden nochmal Innovationen sehen möchten von Herstellern und weil ich mich persönlich nochmal darum ein bisschen kümmern möchte und was Neues sehen möchte für mich. Ich mit meiner Gattin sind wir zur ReaCare gekommen, um neue Produkte kennenzulernen für meine Behinderung. Because I have my own company in Handbikes in the Netherlands, I'm looking for new things, new ideas. Ich bin auf der ReaCare. Wir sind hier auf der ReaCare, weil wir einen Ausflug geplant hatten und uns das hier mal ansehen wollten. Wir sind mit unserer Klasse hier auf der ReaCare. Wir machen die Ausbildung zur Ergotherapeutin. Wir sind jetzt im sechsten Semester und sind hier alle gemeinsam hingefahren. Es ist schön zu sehen, was es für neue Sachen gibt. Und vielleicht haben wir etwas davon, was ich sagen könnte, das ist interessant, das kann ich brauchen. Wir sind hier auf der ReaCare. Egal in welchem Stand wir etwas gefragt haben, wir wurden gut beraten, gut informiert. Loben muss ich ja zum Beispiel die Internetseite der ReaCare. Man kann sich wunderbar vorbereiten auf Produkte, man kann Produkte suchen, man kann Aussteller suchen. Das ist wirklich sehr gut. Ich freue mich am meisten auf die Rea, weil ich hier die Fahrräder ausprobieren kann und gute Tipps kriege, die ich zu Hause nicht kriegen konnte. Das ist wirklich die Bahn有點 schnell wie möglich. Wir sehen uns bei der ReHa ersten Cheften in Katzen an. Wir sehen uns bei der doesn't accessenれ, weil wir das partial Aniac principale Charmation gesehen haben. Musik 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 Musik